Also nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte mich auf diesen Kinobau eingeschossen. Aber jedes Mal, wenn ich in der Zeitung was drüber lese, wundere ich mich immer mehr. Heute war ja wieder ein Artikel in der Zeitung drin gestanden. Und ich muss betonen nochmal, dass ich nichts vom Bau verstehe. Aber irgendwie kommen mir immer wieder verarscht vor, wenn ich was drüber lese. Wir haben jetzt den 21. November 2014. Baubeginn hat er laut der Zeitung, so ist es von der Stadt vorgeschrieben gewesen, Anfang November-Seimen. Und tatsächlich, in der ersten November-Woche sind die Bagger, ja, ist ja recht, meinetwegen ist das auch ein Radlacher. Die sind angerückt und jetzt ist endlich was losgegangen. Wahnsinn, oder? Und in bloß drei Wochen haben die ein richtig großes Luchzeugschild. Und ein ganz Stück vor dem Grundstück planiert. Kann das sein, dass ich, weil ich ja nichts davon verstehe und blöd bin, Glauben doch, dass man die lächerliche Krumme an Andoch zuschütten hätte können? Und meinetwegen nur zwei doch oben drauf zum Planieren und dann sind wir doch da, wo wir heute auch sind, oder? Laut fahrer Nachrichten genügt es ja der Stadt für als zügigen Baubeginn. In dem Artikel für heute steht dann, ich zitiere, Die noch immer scheinbar unangetastet aufragenden Erdhaufen, seien dem Umstand geschuldet, dass Proben daraus wegen Altlastenverdacht im Labor untersucht werden müssen. Erst wenn die Chemiker grünes Licht geben, können sie entsorgt werden. Zitat Ende Moment einmal. Jetzt, nach mehr als einem Jahr, fangen die an, Bobenproben zu nehmen und zu analysieren, ob Altlasten vorliegen? Heißt das, dass die Untersuchungen nicht vor der Planung für das Kino entweder von der Stadt oder von der Bahn oder vom Bauherrn durchgeführt worden sind? Ja, im Himmels Willen, welcher normale Mensch kauft denn ein Grundstück, um ein Kino draufzubauen, neben der Bahnstrecke, wohlgemerkt? Ohne vorher eventuell Altlasten feststellen zu lassen? Aber ich verstehe ja auch nichts vom Bau. Ich finde, die Bosse wird immer schlimmer. Und ich weiß, ich finde es los, dass mich irgendjemand hier kräftig verorschen will. Nachmissionen Untertitelung des ZDF, 2020